Das war Groove Doctor 3000. Alle Infos zu den DJs und ihre Kontakte gibt's auf sputnik.de auch nochmal zum Nachlesen. Wenn auch euer Set in die Lounge kommen soll, dann steht genau da, wie das so geht. In Stunde 3 gibt's heute ein Set von DJ Nattermann aus Hamburg. Seine Leidenschaft war schon immer Vocal-lastiger Haus, den schon in den späten 90ern sehr geprägt hat. Dabei entdeckte Nattermann die vielseitigen Möglichkeiten, verschiedene Stile miteinander zu kombinieren. Disco, Vocal und French House zu seinen Lieblingsgenres. Die ersten Erfahrungen sammelte er mit digitalem Equipment und mehreren Auftritten in Diskotheken in Niedersachsen. Schon bald folgte der Umstieg auf Menü- und Technikplattenspieler, die sich auch heute noch drehen. Wie er mehr wissen will, besucht ihn auf myspace und den Link gibt's auf sputnik.de. Viel Spaß mit DJ Nattermann. Halt dich aufraском und Zu westen. It feelings going to befallen. fret auf vقت. sel Rudiining dann Know that you need it and try to believe it Took Muster B If this ain't love, if this ain't love Why does it feel so good, tell me why If this ain't love, if this ain't love Why does it feel so good, oh, oh Think of tomorrow, we beg, steal our borrow To make all we can in the sun While we are moving, the music is soothing Troubles we thought had been done If this ain't love, if this ain't love Why does it feel so good, tell me why If this ain't love, if this ain't love Why does it feel so good, oh, why does it feel so good Just for this lifetime, you can be my pastime Here are the rules of our play In it together till I know you better Darling, darling, now what do you say If this ain't love, if this ain't love Why does it feel so good, why Why does it feel so good, oh, why does it feel so good Well, you remember me, boy Well, you remember me Remember me more than you Why does it feel so good Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020